Euro auch mehr als eine Währung. Er gründet sich auf gemeinschaftlichem Vertrauen in gemeinsame Grundsätze, natürlich unter anderem in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, aber auch gemeinschaftliches Vertrauen weit darüber hinaus. Und dabei ist existenziell für dieses gemeinsame Verständnis, dass wir auf der einen Seite solidarisch zueinander sind, dass aber auf der anderen Seite jeder auch seinen eigenen Beitrag zur Lösung von Problemen leistet. Solidarität und Eigenverantwortung sind wieder zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir bei jeder Herausforderung Kompromisse finden. Europa lebt von der Fähigkeit, Kompromisse zu finden. Und wenn einer das in den letzten Wochen und Monaten erlebt hat, dann ist das Wolfgang Schäuble in den Stunden und Aberstunden, in denen man tags- und nachtskompromisse gesucht hat. Danke, Wolfgang Schäuble, für diese Arbeit. Gut, dass Sie Finanzminister sind. Vielen Dank. Vielen Dank.